Es kann ja nur wieder in die Hose gehen. Cheerio! Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video endlich mal wieder auf diesem Kanal nach gefühlten 100.000 Jahren mit Celina wieder. Da kann es ja noch besser werden. Natürlich! Ja mit mir alleine ist sowieso immer scheiße. Das müsst ihr jetzt auch einfach mal zugeben. Wir haben wieder eine Challenge vorbereitet und zwar die Whisper Challenge bzw. Read My Lips Challenge auch genannt. Manchmal, manchmal aber auch nicht. Einer von uns setzt sich jetzt nämlich die Kopfhörer auf und hört laut Musik, sodass er den anderen nicht mehr verstehen kann. Und der andere wird dann was sagen. Also so leise wie möglich halt. Und der andere muss dann heute erraten, was der halt gesagt hat anhand der Lippenbewegungen. Ja das Problem ist, ich kann das schon mit dem was ich höre überhaupt nicht. Ich verstehe sowieso immer das falsch. Deswegen kann das auf jeden Fall schon mal nice werden. Ja, same. Dann werden wir sehen was da rauskommt. Wer will anfangen? Der ist nicht. Schnick schnack schnuck. Der der gewinnt verliert. Der der gewinnt verliert. Dann musst du erst aufsetzen. Schnick schnack schnuck. Mist. Irgendwas lautes. Am besten so richtig ein Heavy Metal. Ein Heavy Metal? Halt, kleiner nicht, ja? Okay, aber ihr geht die Party ab. Hörst du mich? Noch ja, ne? Noch hörst du mich. Also ich hab's noch volle Lautstrecke. Du musst halt flüstern. Musst flüstern? Okay. Blaue Sonnenbrille. Ich hab ja gar nicht auf seine Lippen geguckt. Blaue Sonnenbrille. Paul, was? Blaue Sonnenbrille. Blaue Sonnenbrille. Blaue, sorry, Bond. Blaue, sorry, Bond! Blaue? Ne, erstes hat es schon mal. Sonnenbrille. Was? Sonnenbrille. Schlangenkürzungen? Was? Sonnenbrille. Stangen? Was? Brillenschlangen? Andersrum. Schlangenbrille. Sonnenbrille. Sonnenbrille. Okay, jetzt bist du dran. Wrong your time, wrong your time. Du? Zug? Warte. Du? Du bist ein Popel. Du? Ja? Bist ein Popel? Ja. Was? Ja. Das sah mich aus wie ein Popel. Popel. Ist das schön. Schön, Kinder. Schnauze, Eminem. Ich hab... Ich hab... Ich... Äh... Wär das ein Bull? Ist das... Ah, ist das schön. Ich brauch so... Diese... Diese Palmwedel hier. Ja, das wär... Wär ne gute Idee. Ist echt warm, Leute. Voll geil. Es läuft nur Kacke im TV. Es läuft nur Kacke im TV. Es läuft nur... Katze! Ich hab... Es läuft nur Kacke im TV. Es läuft nur Scheiße im TV? Fast richtig. Kacke im TV. Es läuft nur Kacke im TV. Da hast du recht. Okay. Es läuft nur Kacke. Hätte ich mal Katze gemacht, ne. Es läuft nur Katze im TV. Es läuft nur Katze im TV. Du hast einen Päfer im Haar. Ihr habt den Anfang schon vergessen. Du hast... Ja! Hast... Ein... Hast... Auch... Nochmal! Nochmal! Du... Du... Hast... Hast... Ausziehen! Ausziehen! Du... Hast... Du kannst... Hast... Hast... Einen... Ein... Zwei... Du... Hast... Einen... Akzent! Okay, ich nehme was Neues, okay? Ähm... Machst du jetzt was Neues? Ich mach jetzt was Neues. Achso, was machst denn? Du hast einen Käfer im Haar, würde ich sagen. Wir sind bei Einen hängen geblieben. Einen... Du... Du... Bist... Bist... Ein... Ein... Fischkopf. Strumpfkopf! Fast... Fisch... Komm... Fischkopf! Die... Gelbe... Klobrille... Was?! Die... Gelbe... Klobrille... Halbe... Äh... Lo... Was?! Die... Gelbe... Gelb?! Ja! Gelbe... Gelbe... Klobrille. Klobrille. Lo... was? Klobrille. Klobrille? Ja und jetzt den Antwort so die gelbe Klobrille. Gelbe Klobürste. Die. Nie. Die. Knie. Die. 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 Ja. Die. Die. Die gelbe. Die gelbe Klobrille. Klobrille. Die gelbe Klobrille. Klar, dann komm ich auch drauf. Läuft mir das Mund im Wasser zusammen. Da läuft mir das Mund im Wasser zusammen. Baby. Baby. Windel. Vielleicht. Baby. Baby Fetisch. Windel. Fetisch. Baby Fetisch. Windel. Fetisch. Windel. Feeling. Also nicht viel. Nein. Windel. Weil. Windel. Wenig. Fast. Windeln. Ja. Pups. Voll. Pups. Mops. Pups. Pups. Obstgarten. Obstgarten? Babywindelpups. Ich. Holla. Ich brauch noch einen Moment. Sprachenschlupb. Sprachenschlupb, ja. Alter. Das war die Whisper Challenge. Fürs erste. Alter, wie anstrengend das ist, ja? Boah, wir hätten so gelacht wieder. Es war wunderschön. Das war echt wunderschön. Also mein Lieblingsspruch von heute war, auf jeden Fall, da läuft mir der Mund im Wasser zusammen. Ja, wir hoffen, ihr hättet genauso viel Spaß wie wir mindestens. Und ihr könnt das natürlich auch mal zu Hause ausprobieren. Also wir empfehlen es. Macht es nach. Wir haben gesagt, es ist super Training. Ja, es ist super Training und unglaublich witzig. Also Endorphine, oho. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Wahrscheinlich in der nächsten Challenge wieder oder so. Tschüss. Tschüss.